Das ist Jana. Jana kennt sich richtig gut mit unseren Pullovern aus. Ich bin Jana, ich bin bei Merz München seit eineinhalb Jahren und bin für den Retail verantwortlich. Janas Lieblingspulli, der Merino Superwash. Eigentlich ja ein Männerpullover, aber Jana liebt ihn trotzdem. Kein Merz-Pullover hat so viele Fans wie er. Der Superwash ist schon seit 40 Jahren unser Qualitätsheld. Designed in München, gestrickt in unseren eigenen Strickereien in Europa, vor allem in Ungarn. Den Superwash gibt es in beinahe jeder Farbe und Form. Merino Wolle gleicht perfekt die Temperatur aus. Im Winter hält sie warm, an warmen Tagen kühl. Besser als die Schafe hätten wir es gar nicht erfinden können. Danke, Fienchen. Und was die Schafe besonders freut, unsere Wolle ist garantiert mule-sing-free. Merino Wolle ist fein und zugleich stark gekräuselt, knittert nicht, strapazierfähig und bleibt über Jahre hinweg in Form. In unseren Pullovern machen sie mit jeder Figur einen guten Eindruck. Bündchen und Saum bleiben elastisch, die Knöpfe sind fest angenäht und lassen sich trotzdem leicht auf- und zuknöpfen. Der Superwash passt zu jeder Gelegenheit. Im Büro zum Beispiel. Da sieht der Papa richtig schick drin aus. Aber das Bequemste am Superwash, sein Name verrät es schon. Du kannst ihn einfach bei 30 Grad in der Waschmaschine waschen, obwohl er aus 100% Wolle ist. Einfach ein gutes Wollwaschmittel verwenden. Du schmeißt den Pullover in die Waschmaschine und wäschst ihn im Schonwaschgang bei 30 Grad. Das ist ein Allrounder, ganz langlebig durch seine hervorragende Qualität und wir bei Merz sagen auch ganz gerne, es ist ein Pullover für die Ewigkeit. Eben ein echter Qualitätsheld.